Ad Reinhard, das ist von 1946. Das ist interessant, oder? Weil Ad Reinhard ist zur gleichen Zeit wie ganz viele Hoppelbilder. Er malte eine schwarze Bilder und er hat nie etwas anderes gemalt. Also schwarz-blau. Ja, schwarz. Schwarz ist ja... Wir können jetzt lange über schwarz reden, Marc. Nein, kann ich nicht, aber ich sehe hier blau. Es gibt kein reines schwarz? Nein, aber du hast ja so einen blauen Kubus drin und hier auch. Ja. Aber ist schon geil. Aber willst du, stehst du auf Kunst, die quasi wie eine Versenkungs-, also Meditationsmaschine sind? Ja, ich schaue es sehr gerne an. Ich will es nicht in Privaträumen oder so, finde ich das... Du willst nicht zuhause haben an Ad Reinhard? Nein. Und weisst, kannst du mich auch zu Fussreflexzonen-Masseurien oder so? Weniger. Aber du weisst, was die so für Bilder haben? So Aura-Bilder oder so? Das Schlimme ist, du weisst auch, was sie mit den Bildern bewirkt hat. Das ist ja schlimm. Natürlich. den Bildern. Ja. Ja, schon wieder. Ja. Ja, ja. 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 Vielen Dank.